So wie er Licht malte, war es bis dato noch nie zu sehen. Joseph Mallard William Turner gilt als ein Vorreiter der Moderne, als Erneuerer. Auch mit einem anderen Blick auf Landschaften. Was das Besondere an diesem Blick war, das zeigt jetzt eine Ausstellung im Münchner Lehnbach-Haus. Angelika Kellhammer und Susanne Brandl. Er war einer der Ersten, streckte den Kopf aus dem Zug, um zu spüren, wie sie sich anfühlt, die Beschleunigung. Der englische Maler William Turner malt die Welt im Umbruch um 1800, in der sich Technik und Wissenschaft gerade anschicken, die Natur zu beherrschen. Bei Turner allerdings siegt immer die Natur. 1842 malt er einen Schneesturm, in dem alles explodiert. Luft, Wasser, Schnee. Beim Schneesturm war total beleidigt, als die Öffentlichkeit gesagt hat, jetzt spinnt er, glaube ich. Das, was da zu sehen ist, das sieht eher aus wie ein wilder Waschtag, wo ihm ein bisschen zu viel Seifenlauge ausgelaufen ist. Das Lehnbach-Haus München zeigt Gemälde, Aquarelle und Skizzen aus allen Schaffensphasen des Künstlers und ermöglicht dem Besucher, Törners Werdegang nachzuvollziehen. Törner besitzt die kindliche Neugier eines Genies, das alles malen und zeichnen kann. Er fragt sich, wie nehme ich die Welt wahr, hier in diesem Augenblick. Der Künstler malt wie ein Berserker, nicht wie ein nobles Akademie-Mitglied. Das hat sich der Sohn eines Barbies selbst beigebracht. Sein Spitzname Overtörner. Das Klischee-Bild von Törner als grumpy old man, also als etwas brummeliger alter Mann, der sehr asozial war, kam wahrscheinlich von seinen letzten Lebensjahren. Er muss doch relativ gute Umgangsformen gehabt haben, sehr charmant gewesen sein. Er hätte nie eine solche Karriere hingelegt, wenn er nicht ein angenehmer Zeitgenosse und ein guter Freund für viele Künstlerinnen und Künstler gewesen wäre. Mit 44 Jahren bereist er Italien, entdeckt das südliche Licht und Venedig. Eine Stadt und ihre magische Atmosphäre. Hier findet er seinen ganz eigenen Stil, malt das flirrende Luft, die Temperatur und die Energie. Seine experimentellsten Bilder behält er unter Verschluss. Sein Vierwaldstätter See, Nebel und Nichts. So löst er die Welt auf und macht den ersten Schritt, lässt den Gegenstand, seine Zeitgenossen und das ganze 19. Jahrhundert hinter sich. Die Welt auf und macht den Wegband Dichter besagt. iki-Handelt ein bisschen wie mit dem Abschluss. Das ist das erste Mal. Was im Hauptsmusik, Gott sei, Nebel und nicht der Urhebung. was du da, du da,